So, wir wollen uns weiter die kontextfreien Sprachen anschauen, speziell mithilfe der Grammatiken, denn eine andere Darstellung haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Es soll um ein Thema gehen, das wir bei regulären Sprachen schon kennengelernt haben und was da schon ganz praktisch war als Werkzeug, nämlich die sogenannten Abschlusseigenschaften von kontextfreien Sprachen in diesem Fall. Abschlusseigenschaften, Sie erinnern sich, war die Eigenschaft, dass manche Sprachfamilien, wenn man auf ihre Mitglieder bestimmte Operationen anwendet, wieder Mitglieder derselben Sprachfamilie produzieren, also abgeschlossen sind unter dieser Operation und das ist ganz praktisch. Das hat uns zum Beispiel bei regulären Sprachen zu den regulären Ausdrücken geführt, die auf diesen Operationen dann aufgebaut haben und Sprachen darstellen konnten. Wäre ja auch ganz praktisch, sowas für kontextfrei zu haben. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Gut, das wollen wir also jetzt machen. Willkommen zurück zur Vorlesungsreihe Formale Sprachen und Automaten. Mein Name ist immer noch Markus Krutsch. Ich hatte schon angesprochen, dass wir bei regulären Sprachen einiges zu diesem Thema bereits gesehen haben. Hier sehen Sie die Zusammenfassung dieser Ergebnisse. Wir hatten fünf Operationen betrachtet, Mengenoperationen wie Schnitt und Vereinigung, aber eben auch Konkatenation und den Kleini-Stern, den wir speziell für Sprachen gut gebrauchen können. Und unter all diesen Operationen waren die regulären Sprachen abgeschlossen. Wie ist es jetzt bei kontextfreien Sprachen? Haben wir die gleichen Ergebnisse? Sieht es dort ähnlich aus? Naja, erstmal, wenn Sie sich erinnern, wie wir das gezeigt haben, wie wir also jeweils bewiesen haben bei den regulären Sprachen, dass diese Abschlüsse gelten, dann merken Sie schon, dass einiges hier ziemlich anders ist. Bei den regulären Sprachen haben wir nämlich all das mithilfe von Automaten bewerkstelligt. Für jede Operation haben wir einen geeigneten Automaten konstruiert. Hier haben wir noch gar nicht über Automaten gesprochen, das heißt, das wird nicht der Weg sein, mit dem wir hier vorgehen. Hier müssen wir andere Lösungen finden und es wird sich zeigen, dass es auch ziemlich unterschiedlich aussieht, auch in den Ergebnissen. Bei kontextfreien Sprachen gibt es nämlich ein anderes Bild. Dort haben wir ebenfalls Abschlusseigenschaften, und zwar für Vereinigung, Konkatenation und den Stern. Aber es gibt auch einige Nicht-Abschlusseigenschaften sozusagen, bei denen wir also mithilfe einer Operation aus zwei kontextfreien Sprachen eine Sprache erzeugen können, die nicht mehr kontextfrei ist. Und das ist insbesondere beim Schnitt der Fall und auch beim Komplement aus einer Sprache in diesem Fall wird da eine andere, die nicht unbedingt kontextfrei ist. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. In diesem Video möchte ich mich zunächst einmal auf die positiven Fälle konzentrieren, also zeigen, was geht. Und das geht eigentlich auch ganz bequem und einfach, wie wir sehen werden, diese Abschlüsse zu erkennen für diese drei Operationen. Nur bei den anderen wird es dann eben nicht mehr möglich sein. Okay, wir beginnen in der Reihenfolge, wie hier angegeben, mit der Vereinigung und schauen uns zunächst einmal diesen Abschluss an. Also wenn L1 und L2 kontextfreie Sprachen sind, so auch ihre Vereinigung. Das ist die Behauptung und das wollen wir jetzt zeigen. Die Idee dazu ist ziemlich leicht und ziemlich direkt. Wir verwenden, wie schon gesagt, hier natürlich keine Automaten, die haben wir noch nicht, aber wir haben Grammatiken und man kann auch Grammatiken ganz wunderbar vereinigen. Und das ist hier auf dieser Folie dargestellt. Wir konstruieren uns eine sogenannte Vereinigungsgrammatik. Gegeben seien zwei formale Grammatiken, G1 und G2, mit den üblichen Bestimmungsstücken, bei denen wir annehmen, dass sie keine gemeinsamen Nicht-Terminalsymbole, keine gemeinsamen Variablen haben. Das ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Man kann die Variablen ja umbenennen, wie man möchte, ohne dass die Sprache sich ändert. Und dann bilden wir die sogenannte Vereinigungsgrammatik, die ich hier mit so einem Plus-Vereinigungszeichen darstelle, ähnlich wie wir es bei den Automaten gemacht haben. Und die besteht, O ist wie folgt gegeben, sie hat all die Variablen, die in einer der beiden Grammatiken vorkommen, einschließlich der Startsymbole S1 und S2. Und ein zusätzliches weiteres Symbol S, was wir als neues Startsymbol verwenden sollen. Auch das sollte nicht in V1 oder V2 vorkommen, auch das ist ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Wir können ja S nennen, wie wir möchten. Das Alphabet bleibt natürlich das Gleiche. Die Produktionsregeln übernehmen wir weitestgehend aus den beiden Grammatiken, aber wir fügen noch eine weitere hinzu, nämlich die Regel, dass S ersetzt wird durch S1 oder S2. Jetzt sage ich eine weitere Regel. Sie wissen es natürlich besser, das ist nicht eine Regel, das sind zwei Regeln. Also ich kann S durch S1 ersetzen oder ich kann S durch S2 ersetzen. Das sind zwei Kettenregeln, die ich hier kompakt aufschreibe mit diesem Strich. Und das neue Startsymbol, wie schon gesagt, ist S. In Worten, die neuen Ableitungsregeln ermöglichen es, dass in der Vereinigungsgrammatik entweder Wörter aus G1 oder aus G2 generiert werden. Das ist also das offensichtliche Ergebnis, auch ziemlich leicht zu sehen. Und eine einfache Konstruktion. Ja, wie bei den Automaten ja auch schon, wo die Vereinigung besonders einfach war. Okay, das heißt, wir haben leicht das Ergebnis, die Sprache der Vereinigungskrammatik ist einfach die Vereinigung der Sprachen der beiden Teilgrammatiken. Das ist genau das, was ich damit offensichtlich erzeugen kann. Okay, reicht das? Haben wir damit den Abschluss gezeigt? Naja, noch nicht ganz. Was wir jetzt erkannt haben, sagt uns etwas über die Sprache der Vereinigungskrammatik. Was wir natürlich für den Abschluss benötigen, ist nicht nur einfach eine Darstellung der Sprache mithilfe einer neuen Grammatik, sondern wir müssen auch zeigen, dass diese Vereinigung weiterhin eine kontextfreie Sprache ist. Und dafür fehlt noch die Beobachtung, dass wenn G1 und G2 vorher kontextfrei waren, dass auch die Vereinigungskrammatik in diesem Fall kontextfrei ist. Das ist aber sehr leicht zu sehen. Die Regeln in G1 und G2 sind hier per Vorbedingung ja kontextfrei. Das heißt, die können wir ohne Sorge übernehmen. Und die neue Regel, die es erlaubt, das neue Startsymbol durch entweder S1 oder S2 zu ersetzen, ist natürlich auch letztlich nur die Darstellung von zwei Regeln, die beide in kontextfreien Grammatiken zulässig sind. Also ist auch das kontextfrei. Okay, und damit haben wir dann das Ergebnis. Und wir sehen, dass das, was wir hier machen, eigentlich nur zum Teil mit kontextfreien Grammatiken zu tun hat. Und eigentlich ganz allgemein auch für andere Grammatiken funktioniert. Also die Vereinigungskrammatik und die Tatsache, dass ihr die Vereinigung der Sprachen darstellt, das können Sie ja in jedem Fall erreichen. Da müssen Sie sich nicht auf kontextfreie Grammatiken beschränken. Und tatsächlich sehen wir hier an der Stelle sogar, dass für beliebige Grammatiken, die beide vom Typ 2, vom Typ 1 oder sogar vom Typ 0 sind, es gilt, dass auch die Vereinigungskrammatik von dem entsprechenden Typ ist. Denn es ist nicht nur so, dass die neue Grammatik kontextfrei ist, wenn die Eingaben kontextfrei waren. Sie ist auch kontextsensitiv, wenn die Eingaben kontextsensitiv waren. Und sie ist auch natürlich weiterhin eine Grammatik, wenn die Eingaben Grammatiken waren. Das ist Typ 0. Das bedeutet, wir haben mit dieser einfachen Konstruktion gleich nebenbei noch den Abschluss aller dieser Sprachklassen unter Vereinigung gezeigt, jeweils über die Grammatik. Für reguläre Sprachen haben wir natürlich auch den Abschluss unter Vereinigung, aber da funktioniert die Konstruktion so nicht. Wenn Sie zwei reguläre Grammatiken nehmen und so kombinieren, dann ist das Ergebnis keine reguläre Grammatik mehr, weil die Regeln, die wir dabei verwenden, nicht zulässig sind. Da müssen wir also ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, es gibt auch in dem Fall natürlich eine reguläre Grammatik, aber die wird nicht auf diese Art konstruiert. Okay, also Abschluss unter Vereinigung, eine sehr allgemeine und häufig anzutreffende Eigenschaft in den verschiedenen Grammatiktypen, die wir hier kennengelernt haben. Okay, das also das erste und ziemlich einfach zu zeigende Resultat hier. Als nächstes möchte ich mir den Abschluss unter Konkatenation anschauen. Und auch da wollen wir so ähnlich vorgehen. Wir haben wieder die Sprachen gegeben durch Grammatiken, könnten wir uns vorstellen. Und wir suchen jetzt eine Grammatik, die die Konkatenation der beiden Grammatiken darstellt. Und nachdem Sie jetzt gesehen haben, wie es bei der Vereinigung funktioniert hat, können Sie sich wahrscheinlich auch denken, dass das bei der Konkatenation ganz ähnlich möglich ist und dass wir auch da mit einer ganz einfachen Erweiterung der Grammatik vorwärts kommen. Und das habe ich auf der nächsten Folie. Zunächst einmal können wir uns erinnern, was Konkatenation überhaupt hieß. Das bedeutete, wenn ich zwei Sprachen miteinander konkateniere, dass ich eine Sprache bilde, die aus Wörtern besteht, die jeweils zwei Teile haben. Einen vorderen Teil, der aus der ersten Sprache stammt, und einen hinteren Teil, der aus der zweiten Sprache stammt. Das heißt, auf die Art können wir leicht eine Grammatik bilden. Die muss einfach nur ein Wort generieren, das zwei Teile hat, mit einem eben solchen vorderen und einem eben solchen hinteren Teil. Das funktioniert wie folgt. Wir nehmen wieder zwei Grammatiken. Die haben wieder keine gemeinsamen Variablen, wie gerade eben, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Und wir konstruieren jetzt eine Konkatenationsgrammatik, die ich so schreibe, G1, Kringel, G2, die wieder darin besteht, dass wir all diese Variablen-Symbole zusammennehmen, ein zusätzliches Startsymbol anfügen, das Alphabet belassen, wie es war, die Produktionsregeln übernehmen und eine zusätzliche Startproduktionsregel angeben, die das Startsymbol durch die Abfolge von S1 und S2 ersetzt. Das heißt, wir haben hier ein neues Startsymbol wieder eingeführt, genau wie gerade eben, und das Einzige, was man mit dem tun kann, ist diese erste Expansion durchzuführen, bei der ich S1, S2 erhalte. In Worten die neue Ableitungsregel ermöglicht ist, dass diese Konkatenationsgrammatik Wörter generiert, bei denen erst ein Wort aus G1 steht und anschließend ein Wort aus G2 steht. Okay, so weit, so gut. Damit haben wir also auch die Konkatenation von Grammatiken schon vorbereitet. Und jetzt können wir uns überlegen, wie dieses Verfahren in der Praxis funktioniert. Dafür zeige ich Ihnen gleich noch ein kleines Beispiel, damit Sie es noch ein bisschen konkreter sehen. Wir haben hier zwei Grammatiken. Können Sie sich mal überlegen, welche Sprachen diese Grammatiken jeweils darstellen. Das ist ziemlich leicht zu sehen hier, hoffe ich. Und wir wollen jetzt eine Konkatenation dieser Grammatiken bilden. Das sind die Sprachen, ja. Also A hoch I, B hoch I für die erste und C hoch K für die zweite. Also einfach C-Stern könnte man sagen. Oder C-Stern, das leere Wort ist ja auch erlaubt. Okay, gut. Diese beiden wollen wir jetzt verbinden. Und die Konkatenationsgrammatik sieht jetzt wie folgt aus. Einfach nach dem Schema, wie wir es gerade gesehen haben. Wir haben dieses neue Stadtsymbol und wir haben die Regeln, die wir vorher hatten. Und damit kann man jetzt diese Sprache generieren. A hoch I, B hoch I, C hoch K. Wobei wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Die beiden Is müssen gleich sein, ja. Also die Anzahl der As und die Anzahl der Bs stimmt hier überein, während die Anzahl der Cs beliebig ist. Die wird hier einfach am Ende generiert. Und die sind in keiner Weise korreliert mit der Anzahl von As und Bs, die wir hier am Anfang generieren. Okay, gut. Das heißt, das funktioniert wunderbar, nicht wahr? Unsere Konkatenationsgrammatik kann Grammatiken konkatenieren. Und die Sprache, die wir dabei erhalten, ist immer die Konkatenation der beiden Sprachen. Oder sehen Sie vielleicht ein Problem, was da auftreten könnte. Also die Hypothese, die wir jetzt haben, ist, die Sprache der konkatenierten Grammatik ist gleich die Konkatenation der Sprachen der beiden Teile. Was könnte da schief gehen? Denken Sie noch ein bisschen weiter vielleicht. Kontextfreie Grammatiken sind natürlich eine Art. Es gibt aber ja noch andere Grammatiken. Ich habe ja erstmal nichts über die Art der Grammatik gesagt. Was passiert denn, wenn wir kontextsensitive Grammatiken haben? Finden Sie da einen Fall, in dem das vielleicht ein Problem geben könnte? Können gern mal anhalten und drüber nachdenken. Ich sage es mal. Gut, also leider stimmt diese Hypothese nicht. Und hier ist das Gegenbeispiel. Wir betrachten eine Grammatik mit der einen einzigen Regel S1 wird ersetzt durch A und eine zweite Grammatik, die zwei Regeln hat. S2 wird ersetzt durch B und A gefolgt von S2 wird ersetzt durch C. Huch, was ist das für eine seltsame Regel? Na, das ist ganz normal. In kontextsensitiven Grammatiken dürfen wir auch so etwas schreiben. Das ist ja nicht verboten, wenn wir über allgemeine Grammatiken sprechen. Dann ist natürlich die Sprache, die die erste Grammatik erzeugt, einfach das Wort A. Und bei der zweiten Grammatik ist es das Wort B. Diese Regel, die C generiert, kann hier nie zur Anwendung kommen, da sie nur dann funktionieren würde, wenn schon ein A vor dem S2 steht. Wenn ich aber die Konkatenationsgrammatik bilde, die so eine Ableitung erlaubt, dann kann ich tatsächlich A vor S2 erhalten und dann C generieren. Das heißt, ich habe plötzlich das Wort C in meiner Sprache, was sicherlich nicht durch Konkatenation von A und B entstanden ist. Das heißt, in diesem Fall erzeugt die Konkatenationsgrammatik alle konkatenierten Wörter, aber zusätzlich noch neue Wörter, die eigentlich nicht vorkommen sollten. Das ist der Effekt hier. Und wir sehen schon, das hat etwas mit der Kontextsensitivität zu tun. Wir setzen die zweite Grammatik, die zweite Sprache in einen neuen Kontext und plötzlich verändert sich das Verhalten der Grammatik daraufhin. Das kann bei kontextfreien Grammatiken nicht passieren, da gilt die Hypothese. Das heißt, korrekt ist, wenn G1 und G2 kontextfrei sind, dann ist die Sprache der Konkatenationsgrammatik einfach die Konkatenation der beiden Teilsprachen. Und zudem ist diese Konkatenation in diesem Fall auch kontextfrei. Also diese Eigenschaft wird erhalten. Das gilt auch für alle anderen Arten von Grammatiken, also außer den regulären. Also die ist auch kontextsensitiv, wenn die beiden kontextsensitiv waren. Aber da nützt uns diese Konstruktion einfach nicht so viel wegen diesem Problem hier. Okay, Beweis einfach. Ja, werde ich jetzt nicht im Detail ausführen. Und überlegen Sie sich einfach, wie ein Ableitungsbaum immer aussehen muss für diese Konkatenationsgrammatik. Der beginnt immer damit, dass Sie S mit zwei Kindknoten versehen für S1 und S2. Und ab da sind die Ableitungen in S1 und S2 unabhängig als Ableitungsbäume vorstellbar. Und Sie sehen ganz eindeutig, dass Sie die richtige Sprache erhalten. Okay. Und das ist schon alles. Damit haben wir den gewünschten Abschluss. Zweite Abschlusseigenschaft ist bewiesen. Fehlt noch die dritte, der Claney-Stern. Und wir wissen schon von den regulären Sprachen, dass natürlich der Stern eng verwandt ist mit der Konkatenation. Und dass die Ideen, die wir verwenden können, um Konkatenation zu zeigen, nicht weit von den Ideen weg sind, die wir auch beim Stern letztlich benutzen können. Es ist nur eine wiederholte, iterative Konkatenation, die auch nullmal stattfinden darf. Auch da wollen wir wieder eine Grammatik konstruieren. Zunächst einmal hier zur Erinnerung, was L-Stern eigentlich bedeutet. Das ist also eine Hintereinanderreihung von Wörtern W1 bis WI, die allesamt aus der Sprache L stammen. Wobei das null oder mehr solche Wörter sein dürfen. Das heißt insbesondere auch das leere Wort bei Nullwiederholungen ist immer in der Sprache des Sterns. Okay, und wir wollen jetzt diese Konstruktion für Grammatiken durchführen. Das heißt, wir brauchen eine Idee, wie man Grammatiken so umformt, dass sie genau dieses Verhalten aufweisen. Und ja, Sie können sich denken, wie das funktioniert. Wenn Sie jetzt ein Stück Papier nehmen und das Video anhalten, können Sie es wahrscheinlich selbst skizzieren, wie die Startregel dann entsprechend aussehen müsste. Analog zu dem, was wir gerade schon bei Konkatenation gemacht haben. Machen Sie es ruhig mal, dann sehen Sie, ob Sie richtig gelegen haben. Okay. Die Konstruktion, die ich also hier machen will, sieht wie folgt aus. Wir brauchen diesmal nur eine Grammatik als Input natürlich. Der Stern ist ja eine unnähere Operation. Die nenne ich hier G. Die hat das Startsymbol S. Und die neue Grammatik G Stern soll jetzt gegeben sein durch eine Grammatik, die die Variablen von G verwendet. Ein zusätzliches Startsymbol S' einführt. Die Alphabet-Symbole natürlich beibehält, die Produktionsregeln übernimmt, aber zusätzliche Startregeln einfügt, die S' entweder durch das leere Wort ersetzen dürfen oder durch S, gefolgt von nochmals S'. Und S' ist eben das Startsymbol. Okay. Und das ist auch wieder intuitiv analog zu dem, was wir bei Konkatenation gemacht haben. Eine Art und Weise, wie man Null oder mehr Wiederholungen von S erzeugen kann. Und dann jeweils in S die übliche weitere Ableitung durchführt, die die Grammatik G uns schon vorgibt. Also das heißt, für jedes S irgendein Wort erzeugt aus der Sprache, so wie gewünscht. Okay. Das funktioniert also ganz wunderbar und hat die gleichen Effekte wie die Konkatenation. Wir können uns das mal am praktischen Beispiel ansehen. Hier habe ich mal eine Grammatik, wo man nicht auf den allerersten Blick sieht, was sie für eine Sprache generiert. Da können Sie mal drüber nachdenken. Kleine Übung. Welche Sprache erzeugt diese Grammatik? Und diese nehmen wir uns jetzt und wollen damit einen Abschluss, einen Kleine Abschluss bilden. Kleine, sollte ich sagen. Und der sieht dann eben so aus, wie gerade angegeben. Einfach nur nebeneinander Schreibung der Regeln. Das ist wirklich ganz einfach. Auch hier können Sie sich überlegen, welche Sprache die Grammatik jetzt erzeugt und was sich da gegebenenfalls geändert hat, wenn überhaupt. Okay. Gut. Das ist also ein kleines Beispiel für so einen Stern. Und auch hier haben wir wieder die Korrektheit für kontextfreie Sprachen. Und natürlich ist das Problem genau das gleiche wie bei der Konkatenation schon, dass wir bei kontextsensitiven Sprachen aufpassen müssen, dass wir das da nicht so ohne weiteres anwenden dürfen. Ja. Okay. Also Satz, Korrektheit. Wenn g kontextfrei ist, dann ist die Sprache der Sterngrammatik genau gleich dem Kleine Abschluss der ursprünglichen Sprache der Grammatik. Und außerdem bleibt die Grammatik, die wir so konstruieren, kontextfrei. Auch hier ist der Beweis wieder ganz einfach. Man kann sich den Ableitungsbaum überlegen. Wie sieht der aus? Der beginnt mit S' und dann generiert er einen Teilbaum, in dem wir erstmal eine Reihe von Vorkommen von S erzeugen können. Und irgendwann aufhören, indem wir Epsilon einsetzen für S'. Und dann dürfen wir für jedes dieser S die ursprüngliche Grammatik verwenden, um einen Unterbaum zu erzeugen. Und das ist ganz klar, dass dabei das Richtige rauskommt. Beziehen Sie sich ruhig mal, wie der Ableitungsbaum aussieht, wenn Sie sich jetzt nicht so auf Anhieb vorstellen können. Aber es ist wirklich relativ einfach. Okay. Das geht natürlich nur bei kontextfreien Grammatiken, denn dort gibt es Ableitungsbäume. Bei kontextsensitiven können Sie sich überlegen, würde das gar nicht so viel Sinn machen, Ableitungsbäume hinzuschreiben. Denn die Art, wie ich einen Teilbaum ersetze, würde ja davon abhängen, was vor diesem Term steht. Und das wird im Ableitungsbaum überhaupt nicht richtig dargestellt. Im Ableitungsbaum wissen wir nicht, was gerade zur Zeit der Expansion vor einem bestimmten Teil des Wortes stand. Denn das hängt auch davon ab, in welcher Reihenfolge wir die Schritte anwenden. Also Ableitungsbäume für kontextsensitive Grammatiken sind ziemlich ungeeignet. Und tatsächlich finden wir bei kontextsensitiven Grammatiken auch Gegenbeispiele wieder, die uns zeigen, dass das nicht korrekt funktionieren würde. Zum Beispiel könnte ich eine kontextsensitive Grammatik angeben, die nur eine einzige Rege hat. Die Kombination SS wird durch Null ersetzt und diese Grammatik kann offenbar nichts hervorbringen. Sie wird überhaupt keine Wörter generieren, weil man mit dem Symbol S beginnend keine Ableitungen finden kann. Wenn ich allerdings die Sterngrammatik konstruiere, dann ist es plötzlich möglich, ein Wort abzuleiten, indem ich zunächst über mehrere Schritte eigentlich müsste ich hier schreiben, das S-Strich ersetze durch mehrere Vorkommen von S und die darf ich dann durch Null ersetzen. Und damit habe ich plötzlich das Wort Null abgeleitet, was natürlich nicht im Stern dieser ursprünglichen Lernsprache enthalten ist. Dieser neue Stern sollte nur das leere Wort enthalten als einzigen Eintrag. Okay, gut. Das war alles zu den Abschlusseigenschaften, die tatsächlich gelten. Beim nächsten Mal wollen wir uns die Fälle anschauen, in denen der Abschluss nicht gilt und ein bisschen besser verstehen, warum der nicht gilt oder wie so ein Problemfall aussehen könnte, indem zum Beispiel der Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen plötzlich nicht mehr kontextfrei ist. Das zeige ich Ihnen dann ganz konkret am Beispiel. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.